Der Montagmorgen-Espresso mit Thomas Schneider Ich wünsche dir einen guten Montagmorgen. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Ein afrikanisches Sprichwort. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Präferenzen, Silvester und Neujahr zu feiern. Wilder Partyrummel ist da eher weniger mein Ding. Für mich war und ist der Jahreswechsel eher ein Moment der Stille. Ein bewusster Anlass, an dem ich mir Zeit nehme, innezuhalten, zurückzublicken, zu reflektieren, aufzuräumen und auch abzuschliessen. Mit dem Start in ein neues Jahr habe ich auch immer die Vorstellung verbunden, dass die Uhren für mich wieder auf Null gestellt werden. Ein Neubeginn. Und das empfinde ich immer als ein sehr befreiendes und motivierendes Gefühl. Neue Ideen, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Auch jetzt wieder die nächstbeste Zeit. Nicht für die oft belächelten guten Neujahresvorsätze, sondern für überzeugte Entscheidungen und die Planung der entsprechenden konkreten Schritte. Ich wünsche dir einen guten und motivierten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Montag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.